Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung, ganz besonders einer Folge, bei der ihr heute mitspielen könnt und mitraten könnt. Es geht wieder um YouTuber Erraten, insbesondere YouTube Erraten 2.0. Vielleicht erinnert ihr euch noch an eine Einsendung, die wir vor einiger Zeit hatten. Dort wurden in Minecraft YouTuber Minecraft Köpfe gebaut und man musste herausfinden, welche YouTuber das sind und ich habe es mehr oder weniger geschafft. Wir schauen jetzt mal bei der heutigen Einsendung, wie gut ich mich schlage, aber ganz besonders wie gut ihr euch schlägt. Für jeden Erraten YouTuber bekommt ihr einen Punkt und am Ende des Videos könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viele Punkte ihr erzielt habt. So, aber erstmal herzlich willkommen zu Folge 114, eure Einsendung von MeinLG1866, wurde YouTuber Erraten 2.0 eingesendet. Und er schreibt halt The JoeCraft und andere, ich habe mir sehr viel Mühe dabei gegeben, diese Map zu erstellen. Deja vu. Jo, ihr habt wahrscheinlich vor kurzem schon die Map von ihm gesehen, wunderbar. Es geht also jetzt nahtlos weiter. Eigentlich ist das relativ easy zu verstehen und ja, macht euch ready, wir starten in 3, 2, 1, go. Oh, wer ist das? Welcher YouTuber ist das? Könnt ihr ihn erraten? Ja oder nein? Ich bin nicht sicher. Kennen wir diesen YouTuber? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Dr. Banks? Ah, nein, es ist nicht Dr. Banks. Nein, Spaß. Okay, aber ja, ich glaube, ihr habt das Spielprinzip verstanden. Also, wenn ihr den YouTuber erraten habt, dann... Oh, ah, es geht sofort weiter. Mmh, verstehe. Es wird gar nicht... Oh, was? Stopp. Moment, Moment. Ach, wir müssen Spawnpunkte setzen. Jo, jetzt habe ich total vergessen, die Spawnpunkte zu setzen. Okay, 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 okay. Äh, oder hat das irgendwie nicht geklappt? Oh, okay, nächster Versuch. So, jetzt. Also, ihr habt das Spielprinzip hoffentlich verstanden. Wir werden jetzt hier rein teleportiert. Ich muss hier noch einen Spawnpunkt setzen. So, und jetzt aber. Also, er ist die YouTuber, in dem Fall meine Wenigkeit. So, war richtig. Jetzt geht's weiter zum nächsten. Wer ist das? Ich mache jetzt mal den Shader aus, dann könnt ihr es sogar noch vielleicht ein bisschen leichter erkennen. Das ist vielleicht verzerrt der Shader auch ein wenig die Farben hier. So, welcher YouTuber ist das hier? Ich bin gerade gar nicht sicher. Könnte es Maxify sein? Nee, es ist nicht Maxify. Dann, äh, versuchen wir was Neues. Es könnte... Sticks auch nicht. Wow. Bin ich heute aber wirklich nicht gut. Okay, dann kenne ich ihn nicht. Das ist X-Centure. Habe ich auch noch nie gehört. Interessant. Okay, naja. Keine sagt, dass das Spiel hier leicht wird. Vor allem für mich. Tatsächlich bin ich weniger auf YouTube unterwegs, als ihr denkt. Deshalb kenne ich viele nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Namen kommen mir alle bekannt vor. Die habe ich schon mal irgendwo gehört. Aber ich kann die Gesichter eindeutig nicht zuordnen. Manche Gesichter hat man in Thumbnails mal gesehen. Manche Gesichter hat man nicht gesehen. Oh. Ich setze erst mal hier meinen Spawnpunkt wieder. Und... Vielleicht ist das jetzt Maxify. Nein! Wow. Wow. Okay, nächster Versuch. Ich glaube nicht, dass das Epic Stun ist. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Also, nach Ausschlussverfahren würde ich sagen, Gabo, let's play. Yes! Was auch richtig ist in diesem Fall. Gut. Dann... Der hier. Ich glaube, in diesem Fall könnte ich Ausschlussverfahren machen. Na, habt ihr raten, wer es ist? Ist es Easy? Ist es Revi? Ist es Arazul? Ausschlussverfahren. Ich würde sagen, dass es Easy ist. Ja. Vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen. So. Wen haben wir hier? Kennt ihr den YouTuber? Schleimtastisch. So. Gaming Guides. Perfekt. Den habe ich sogar erkannt. Schusch. Das Gesicht kommt mir auch bekannt vor. Ja, okay. Ich glaube, ich bin mir sicher. Ist Stegi. Ja. Stegi. Wunderbar. Next one. Who is this? Ich weiß es nicht. Das Gesicht kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Vielleicht kommt es euch bekannt vor. Also ich 100% schlur, dass es nicht Bastik-Gerge ist. Und die anderen beiden... Den kenne ich, glaube ich, nicht so gut. Ich tippe mal auf... Odds Crafter? O.C. Crafter? Ja, war richtig. So. Das Gesicht kommt mir schon viel mehr bekannt vor. Na? Wer von euch erkennt es? Ist es Paluten? Ist es Dr. Banks? Oder Reefed? Korrekt. So. Das habe ich auch schon mal gesehen, das Gesicht. Uh. Da bin ich jetzt nicht... Aber... Ja, gut. Okay. Ausschlussverfahren. Ich weiß 100% pro, dass es nicht Basti ist. Und Stegi hatten wir schon. Also muss es dann Epic-Stun sein. Korrekt. Okay, next one. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht. Doch. 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 Oh, doch. Natürlich. Doch, 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 doch. Ich weiß es. Ziemlich safe. Das ist Kunga. Ja, Mann. Als nächstes ist es ein Panda. Ist das etwa Crow in Minecraft? Okay. Äh. Wie haben wir? Revi? Nee. Also, auch hier ist es wieder Ausschlussverfahren. Ich weiß, wie Revi aussieht. Ich weiß, wie Palla aussieht. Also muss es Parcival Gaming sein. Hm. Das Gesicht sagt mir auch überhaupt nichts. Keine Ahnung, wer das ist. Oder? Unge ist das doch nicht, oder? Unge sieht doch ganz anders aus in Minecraft. Epic-Stun hatten wir. Also kann es ja nur Maxify sein, oder? Häh. Nein. Nein. Ist das Unge? Hä? Hä? WTF? WTF? Okay, das Gesicht kommt mir bekannt vor aus Sky Attack. Das Gesicht ist schon ein paar Mal durch unsere Base gelaufen. Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass das hier Let's Who Go ist. Und das geht weiter. Auch das Gesicht habe ich irgendwo schon mal gesehen. Doch, ja klar. Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass... Oder? Doch. Ich habe doch mit wichtiger zusammen eine Falle gebaut. Ja. Ja, 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 ja. Das Gesicht, das erkenne ich sofort. Ich muss noch nicht mal die Namen erraten. Das ist sofort einem 100% sure, wer das ist. Das ist natürlich der gute, alte Debitor. Oh. 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 Oh, dieses Gesicht. Oh je. Oh, das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Eindeutig, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte zwischen dem Gesicht und diesem Block hier kennt. Aber es ist sehr, sehr mutig von dem Ersteller, dieses Gesicht aus diesem Block zu bauen. Und traurig aber war, obwohl dieses Gesicht durch diesen Block verunstaltet ist, kann man erkennen, um wen es sich hier handelt. Und wir haben ein weiteres Gesicht. Ich hätte jetzt fast Blizzard gesagt, aber... Äh, ja. Keine Ahnung. Ich drück mal Dr. Banks. Ist falsch. Dann bleibt hier noch Papa Platte über. Okay. Ja. Das Gesicht hier kommt mir äußerst bekannt vor. Ja. Ja. Das ist... Also, wer das nicht errät... Trimax. Ist ja schön. Und ein weiteres Gesicht. Was haben wir hier? Gut. Das ist jetzt fies, weil wir bereits Epic hatten und Paluten hatten. Also... Und vor allen Dingen, das ist Purple. Das ist Purple. Irgendwie passt das. So. Gott. Nächstes Gesicht. Habe ich auch schon irgendwo gesehen. Hm. Jetzt bin ich wirklich nicht mehr sicher. Aber auch hier Ausschlussverfahren. Palle hatten wir. Dr. Banks hat... Wie war das? Dr. Banks? Nein. Das ist wahrscheinlich nie passt. 33. Jo. Nächstes Gesicht. Who is this? Das habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung. Und ich weiß 100% dass es nicht Basti und nicht Rewi sind. Also bleibt nur noch Chow Shoki über. Sagt mir gar nichts. Oh Gott im Himmel. Ich glaube ich muss mich mal ein bisschen mehr mit YouTuber auseinandersetzen. Holy moly. Ich bin mal gespannt liebe Leute. Ich hoffe ihr zählt eure Punkte mit. Wie gut ihr abschneidet bei diesem Game. Das heißt wie viele YouTuber ihr erkennt. Da bin ich mal wirklich gespannt. Seid ehrlich. Dann macht es auch am meisten Spaß. So. Ähm. Ja da bin ich mir recht sicher wer das ist. Aus Craft Attack kennen wir noch den Norman. Juhu. Und damit sind wir durch. Gut ihr Lieben. Dann machen wir noch mal eine kurze Zusammenfassung. Wie viele Punkte hättet ihr bekommen können. Also. Das war meine Wenigkeit am Anfang. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. 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 Zwanzig Punkte hättet ihr bekommen können. Wenn ihr jedes Gesicht richtig raten habt. Was ist euer Score? Was ist eure Punktzahl? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Macht es gut. Bis bald. Und. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020